das habe ich habe ehrlich gesagt ich hab's mir einfach nur geholt ich hab mich wirklich gar nicht informiert ich hab gar nicht gesagt dass ich mich nie wieder dass ich nie wieder so blöd bin und mir ein Spiel blind kaufen werde tja so kann man sich vertun diese Kurve kann ich mir nicht aber irgendwie kann ich mit dem Auto besser fahren hab ich das Gefühl und ich hab das Gefühl es braucht länger bis es auf seiner Endgeschwindigkeit ist